Sie brauchen für jede Lösung ein Problem. Sie brauchen für jeden Helden einen Schurken. Keine Story ohne Held, kein Held ohne Schurke. Dan Brown sagt sogar, erschaffe den Schurken zuerst, denn daran definiert sich dein Held. Wenn es keinen Schurken gibt, ist der Held arbeitslos. Und wenn es kein Problem gibt, ist ihre Lösung auch unnötig. In Quentin Tarantinos erstem Film Reservoir Dog sieht man ein schönes Beispiel, wie ein Mensch, ein Mann, Tim Roth, eine überzeugende Absender-Story erfindet, um sich in einen Gangster-Ring reinzuschmuggeln. Der Hintergrund ist, dass der verdeckte Ermittler, den dieser Tim Roth spielt, ein Ermittler halt ist, ein Polizist und natürlich nicht auffallen darf, dass er eben kein Krimineller ist. Er kann natürlich nicht sagen, du, pass auf, ich bin Krimineller, sondern er muss eine Geschichte erzählen, wo er auf einer öffentlichen Toilette bei einer Übergabe von Drogen fast der Polizei in die Hände gefallen wäre. Und sein Mentor sagt dann, ein verdeckter Ermittler muss wie Marlon Brando sein. Du musst ein fabelhafter Schauspieler sein und dabei ganz natürlich wirken, so natürlich, als ob du dazugehörst, denn sonst bist du ein schlechter Schauspieler und schlechte Schauspieler überleben in diesem Geschäft nicht lange. Und Tim Roth als Freddy soll sich also in diesen Gangster-Zirkel einschleichen und er übt dann auch die ganze Zeit seine Absender-Geschichte und sein Mentor sagt ihm, pass mal auf, wenn diese Drogenübergabe auf der Toilette ist, musst du wissen, wie die Toilette aussieht. Du musst die Details wissen, wie es da aussieht, ob es da so Gebläse gibt oder Handtücher oder ob es da flüssige Seife gibt oder diese komisches Granulatzeug aus den Schulen, ob es da stinkt. All das musst du wissen. Was wir oft machen, wir verwechseln Details mit Fülle und Menge. Aber hier sind es die kleinen, wenigen und wichtigen Details, die dafür sorgen, dass die Story so klingt, als wäre Tim Roth alias Freddy wirklich bei dieser Übergabe auf dem Klo gewesen und was dann dazu führt, dass die Gangster ihn als einen der Iren in ihre Mitte aufnehmen. Jedenfalls für eine gewisse Zeit. Das Video dazu finden sie ebenfalls bei YouTube. Von daher, sie brauchen einen Helden, sie brauchen einen Schurken, sie brauchen eine überzeugende Story. Denken sie an das schöne Zitat aus Mission Impossible Teil 2. Die Suche nach einem Helden beginnt damit, was jeder Held braucht, nämlich einem Schurken. Was Unternehmen oft falsch machen, ist, dass sie zu Beginn immer alles erklären. Das ist so die sogenannte Executive Summary. Würden sie aber eine Executive Summary in einem Thriller sehen, würden sie dann den Thriller noch lesen, eigentlich sorgt eine Executive Summary dafür, dass wir mit gutem Gewissen nach der Executive Summary einschlafen, weil wir glauben, wir haben ja schon alles gehört. Und in einem Thriller würden sie keine Zusammenfassung der Handlung zu Beginn haben wollen. Wir glauben aber, dass das Ganze, wenn wir es in PowerPoint übertragen, automatisch spannend wird. Wird es aber nicht. Im Gegenteil. Unternehmen versuchen auch oft, alles am Anfang an zu erklären. Das machen Thriller-Autoren auch nicht. Denken sie an Dan Brown und die Cliffhanger-Technik, die besagt, dass eine Handlung immer aufhört, dann ein neuer Charakter kommt, dann dort die Handlung aufhört, wenn es am spannendsten ist und so weiter. In Dan Browns Buch Da Vinci Code haben wir im ersten Handlungsstrang Jacques Sonnier, den Kurator des Louvre in einer misslichen Situation. Cut, Cliffhanger, Kapitel hört auf. Ende offen. Dann geht es zu Robert Langdon, der auch in Paris ist. Cut, Ende offen. Er kriegt einen seltsamen Anruf. Dann sehen wir diesen seltsamen Albino-Mönch Silas, der sich kasteit. Wir denken, was macht der denn da? Ende offen, Cut, Cliffhanger, vorbei. Und dann sehen wir wieder Robert Langdon, der zum Louvre gerufen wird, auf eine sehr rätselhafte Weise und dort etwas findet, was er gar nicht erwartet hat. Diese Cliffhanger-Technik sorgt dafür, also sie hängen über der Klippe sozusagen, dass sie am Ende immer weiterlesen wollen und das Buch zu einem, wie man es so schön nennt, Page-Turner wird. Vergleichen Sie mal die Page-Turner oder die Cliffhanger-Technik mit Ihren PowerPoint-Präsentationen. Ich bin ziemlich sicher, Ihnen wird ein gewisser Unterschied auffallen.